wenn du eine webseite hast dann willst du ja auch dass die leute diese besuchen und lesen ist ja klar dieses besuchen beziehungsweise das besucheraufkommen deiner webseite bezeichnet man als traffic das ist ein wichtiges kriterium um den erfolg deiner webseite zu messen nehmen wir einmal an dass deine webseite mega erfolgreich ist und du einen tollen strom von besuchern hast so aber eines tages guckst du in die google search konsole und siehst dass der traffic sinkt ja jetzt ist natürlich guter rad teuer was also tun heute geben wir dir wertvolle tipps und ratschläge zum umgang mit fallendem traffic auf deiner webseite du lernst wie du normale schwankungen von echten rückgängen unterscheidet und wie du potenzielle abstrafungen durch google prüfen kannst die heutige folge hilft dir nicht in panik zu verfallen sondern die gründe für fallenden traffic aufzuspüren und angemessen darauf zu reagieren bevor wir aber richtig loslegen möchte ich noch definieren was wir unter traffic genau verstehen traffic im kontext einer webseite oder eines online shops bezeichnet die menge der besucher die über verschiedene kanäle auf deine internet präsenz gelangen diese besucher ströme können durch zahlreiche quellen generiert werden zum beispiel durch die organische suche durch bezahlte werbung durch die sozialen medien oder verlinkung von anderen webseiten oder auch wenn jemand direkt die adresse in den prosa eingibt beim traffic werden nicht nur die seiten aufrufe gezählt sondern auch wie lange besucher bleiben welche aktion sie ausführen und wie sie auf der webseite navigieren in summe ist der traffic also ein hinweis auf die beliebtheit und reichweite deiner webseite sowie ein wichtiger faktor für die webseitenanalyse und optimierung wenn dein traffic sinkt dann kann das fatale auswirkungen auf die sichtbarkeit deiner webseite und logischerweise dann auch auf dem business haben deshalb ist es so wichtig dass du verstehst was gerade passiert und warum und ja wo und wie du gegensteuern kannst und musst also zunächst ist ja total wichtig dass du erst mal weißt dass es immer ganz normale schwankungen und ausreißer nach oben und unten gibt an manchen tagen hast du vielleicht so einen richtigen boom weil du vielleicht einen tollen artikel veröffentlicht hast vielleicht ist aber auch nur ein bestimmter feiertag der den run auf deine webseite auslöst an anderen tagen wiederum siehst du vielleicht völlig unerwartet irgendeinen einbruch der jedoch auch nicht immer gleich in panik dich versetzen sollte der traffic ist immer dynamisch und reagiert natürlich auf eine vielzahl von faktoren das ist eine ganze bandbreite von faktoren die da einwirkt also es kann änderung im suchalgorithmus ein bisschen zur veränderung im verbraucherverhalten ich will das vielleicht einmal ganz kurz mit dem aktienmarkt vergleichen im aktienmarkt da gibt es ja auch ganz kurzfristige schwankungen aber es gibt auch mittel und langfristige trends wenn jetzt ein einzelnes ergebnis einfach passiert dann wirst du ja auch nicht in panik geraten und sofort ein komplettes aktienportfolio verkaufen auf der anderen seite wiederum wenn du längerfristige trends siehst die mit deinen zielen übereinstimmen dann wirst du natürlich auch entsprechend reagieren sei es mit dem verkauf oder mit dem kauf von aktien also letztendlich wirst du ja in jedem fall nach weiteren informationen und daten suchen die dir helfen eine richtig und gute entscheidung zu fällen und genau so ist es eben auch in dem fall wenn dein traffic sinkt es gibt eben momente in denen es sich nicht um normale schwankungen handelt sondern um echte rückgänge des traffics und genau dann ist es wichtig dass du zügig handelst um größeren schaden von deiner webseite abzuwenden aber wie erkennst du nun solche rückgänge achte dabei auf trends die über einen längeren zeitraum anhalten mit hilfe von analyse tools kannst du nachsehen ob es bestimmte muster gibt beispielsweise kann es sein dass der traffic an den wochenenden bei dir immer abnimmt oder vielleicht auch zu bestimmten jahreszeiten auch ein kontinuierlicher rückgang über mehrere wochen hinweg kann ein indikator sein dass etwas nicht stimmt achte ebenfalls darauf ob es veränderungen bei den rankings deiner schlüsselbegriffe gegeben hat das könnte ein hinweis darauf sein dass deine seite von einem algorithmus update bei suchmaschinen betroffen ist sobald du einen echten trend und nicht nur eine fluktuation identifiziert hast kannst du beginnen an einer lösung zu arbeiten ja lass uns doch vielleicht mal direkt ein paar gründe nennen die zu einem rückgang des traffics führen können ja und lass uns natürlich gleich die entsprechenden tipps dazu geben okay also ich fange mal an ja also zunächst das update der algorithmen die suchmaschinen aktualisieren natürlich regelmäßig ihre algorithmen wenn deine webseite dadurch schlechter renkt dann kann das natürlich zu einem spürbaren verlust an besuchern führen in der regel siehst du relativ schnell nach einem update ob deine seite betroffen ist oder nicht so und hier haben wir jetzt an der stelle zwei tipps für dich der tipp nummer eins lautet google will suchen denn ja immer die bestmögliche antwort auf die suchanfrage liefern das ist also so dass google mantra deshalb solltest du das immer im hinterkopf haben wenn du etwas auf deiner webseite machst und der zweite tipp lautet versuche nie google irgendwie zu überlisten ja es geht meistens nach hinten los und dann ist es sehr schwer oder sogar fast unmöglich wieder richtig auf die beine zu kommen dann kommen wir zu gefahr nummer zwei nämlich zum relaunch einer webseite manchmal ist ein relaunch einfach unausweichlich also du willst deine webseite umbauen und erneuern du willst einen frischen look einen modernen look verpassen oder auch die benutzerfreundlichkeit verbessern aber wenn der relaunch nicht sorgfältig und strategisch durchgeführt wird kann er ernsthafte auswirkungen auf deinen traffic haben das haben wir in der praxis schon einige male sehen müssen und hier wurden vor allem die seo grundlagen während des relaunch nicht beachtet und dazu gehören ganz klar die 301 weiterleitung das übertragen von metadaten sowie das anpassen von internen verlinkungen unser tipp dazu plane also den relaunch sorgfältig stelle sicher dass du alle seo elemente berücksichtig ist und sichere dir vor dem relaunch das gegenwärtige ranking deiner seite überwache den traffic genau nach dem relaunch um schnell auf eventuelle probleme reagieren zu können und hole dir ein seo experten beim relaunch an deine seite wir sagen dies weil wir gerade erst wieder erleben musste dass ein relaunch leider daneben gegangen ist ja das stimmt dann nicht zu vergessen sind die ganzen technischen thematiken die einen großen einfluss auf den traffic haben können langsame ladezeiten die fehlerhaften weiterleitung fehlendes design für smartphones oder sogar ein plötzlicher server ausfall das sind faktoren die negativen einfluss haben können oder auch haben nicht nur deine besucher sind gefrustet sondern auch google und co finden das natürlich doof die technischen probleme bei deiner webseite führen zu einer höheren absprungrate weil besucher einfach frustriert sind bevor sie überhaupt so richtig auf deiner webseite kommen und da richtig was lesen können unser tipp an dieser stelle führe regelmäßig eine technische seo kontrolle durch also ein seo audit um probleme frühzeitig zu identifizieren und auch zu beheben dazu kannst du tools wie page speed insights von google nutzen der zum beispiel die ladezeit deiner webseite überprüft und da kannst du auch optimierungsempfehlungen erhalten damit deine webseite schnell und fehlerfrei läuft das waren ja bisher alles interne faktoren aber es gibt auch externe faktoren auf die du so gar keinen einfluss hast die einen traffic rückgang verursachen können das ist nämlich die wettbewerbssituation deiner branche es ist nämlich durchaus möglich dass deine wettbewerber eine neue seo strategie umgesetzt haben oder auch ihr budget für bezahlte werbung erhöht haben und jetzt renken sie in den suchergebnissen vor dir vielleicht haben sie auch inhalte veröffentlicht die besser auf die nutzerintention abgestimmt sind vielleicht hat dein wettbewerber auch technisch nachgelegt also zum beispiel einen schnelleren server angeschafft oder sie haben neue und hochwertige backlinks aufgebaut und deshalb empfehlen wir dir den markt und deine wettbewerber regelmäßig und gründlich zu analysieren über den wettbewerber kannst du sehr viel erfahren wir haben dazu bereits eine separate folge gemacht und zwar war das die folge 106 und diese heißt der gläserne wettbewerber wie du ihre schwächen zu deinem vorteil nutzen kannst es ist natürlich auch möglich dass sich die suchintention deiner zielgruppe verändert hat also es gibt zum beispiel aktuelle trends oder saisonale themen oder vielleicht auch ja entwicklung in unserer gesellschaft die dazu führen dass sich da bestimmte interessen und logischerweise damit auch das suchverhalten verschieben solche entwicklungen können sich nachteilig auf deine bisherigen bemühungen mit deiner ganzen webseite auswirken und sie können einen rückgang im traffic verursachen wenn du nicht zeitnah und zügig darauf reagierst unser tipp jetzt an dieser stelle wenn sich etwas völlig grundlegend ändert dann solltest du auch tools nutzen wie zum beispiel google trends um die veränderung von suchanfragen und themen interessen zu identifizieren um das jetzt genauer zu analysieren ist natürlich eine saubere keyword recherche mit profi tools nötig wir können dich an dieser stelle und an vielen weiteren stellen unterstützen falls dein traffic tatsächlich auf tauchstation gegangen ist du kannst dir sehr gerne ein kostenloses erstgespräch unter alza minus digital punkt de slash erstgespräch buchen und uns deine probleme schildern dann können wir gemeinsam einen masterplan erarbeiten um deine webseite nach vorne zu bringen den link zum erstgespräch findest du auch in den show notes und am besten gehst du gleich darauf klickst einmal an buchst du den erstgespräch und dann schauen wir gemeinsam was wir dort tun können im prinzip müssten wir jetzt hier ein wenig musik einblenden dass du genügend zeit hast dir dein erstgespräch zu ja genau aber kommen wir zu faktor nummer sechs der einfluss auf deinen fallenden traffic haben kann das sind nämlich negative backlinks negative backlinks können deiner webseite und deinem ranking schaden wenn zum beispiel unseriöse oder spam belastete webseiten links zu deiner seite setzen sieht google das als zeichen schlechter qualität das kann dazu führen dass deine website im ranking herabgestuft wird oft sind dies folgen veralteter link building praktiken unser tipp dazu überwache dein backlink profil regelmäßig mit tools wie der google search konsole oder speziellen seo tools siehe dir an woher deine backlinks kommen und nutze gegebenenfalls das disavove werkzeug von google um schädliche links abzulehnen und vergiss nicht qualitativ hochwertige inhalte ziehen automatisch hochwertige links an auch das ist ein proaktiver schutz vor negativen backlinks so und jetzt kommt noch ein wichtiger teil der auch auf deinen traffic einfluss haben kann und zwar sind es rechtliche änderungen ich möchte an dieser stelle einfach nochmal an das thema datenschutz und dsgvo oder eben auch an das urheberrechtsthema erinnern ganz aktuell wird in den nächsten monaten das thema der barrierefreiheit das barrierefreiheits stärkungsgesetz tritt ja ab juni 25 in kraft und wird auswirkungen auf viele webseiten haben übrigens haben wir dazu auch eine ganz spezielle podcast folge gemacht und zwar ist es die episode 107 diese folge solltest du dir unbedingt anhören wenn du noch nie irgendetwas von diesem freiheits barrierefreiheits stärkungs gesetz herum gehört hast auf unserer webseite findest du da ebenfalls noch einen blog artikel dazu also um das einmal kurz zu machen du musst natürlich deine seite immer den aktuellen rechtlichen gegebenheiten anpassen wenn du das nicht machst dann kann das nicht nur zu rechtlichen sanktionen führen sondern natürlich auch das vertrauen der nutzer in deine webseite beeinträchtigen in einem solchen fall drohen halt nicht nur die direkten einbußen des reinen traffic sondern auch langfristig ein beschädigtes marken image also der tipp an dieser stelle lautet halte dich ständig über die rechtlichen änderungen auf dem laufenden und setze diese auch zügig um da man das nicht alles selber wissen kann empfehlen wir dir dir einen rechtlichen rat oder beistand zu suchen wenn deine webseite die aktuellen gesetze einhält und umsetzt dann zeigt das nicht nur deine professionalität sondern schützt auch deine besucher und letztendlich damit dein business lass mich noch einmal kurz zusammenfassen wenn du einen anhaltenden rückgang des traffics feststellst ist es möglich dass deine webseite von einer google abstrafung betroffen ist dies kann dramatische auswirkungen auf deine sichtbarkeit in den suchergebnissen haben überprüfe also in einem allerersten schritt deine google search konsole um zu sehen ob mitteilung zu manuellen maßnahmen gegen deine seite vorliegen wenn dies der fall ist werden hier in der regel auch die gründe genannt es ist total wichtig dass du schnell und entschlossen reagierst du musst die probleme identifizieren und beheben um weitere einbußen zu verhindern im fall von sinkendem oder gar fehlenden traffic ist nämlich jeder tag wichtig wenn du hilfe brauchst dann zögere nicht uns zu kontaktieren und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten woche und sage tschüss und ich sage für heute auch tschüss auf wiedersehen und bis zur nächsten folge und bis zum nächsten